Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Schwaz 2 Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal sind wir in Twindrake City angekommen. Und wir wollen heute auch mit der Arena beginnen. Einzige Gebäude, das hier noch recht altmodisch aussieht. Aber eventuell ist er ja am Renovieren. Und ja, ich hab am Team ein bisschen was getan. Alle sind auf Level 50. Mittlerweile. Voltula hab ich noch Donner beigebracht für Schlitzer. Ich denke mal, äh... Ich brauch Schlitzer jetzt nicht unbedingt auf Voltula. Mit der Zoom-Linse ist Donner nochmal ein bisschen genauer. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch irgendwann Donnerblitz finden. Was ich dann für Donner wahrscheinlich beibringen werde. Weil die Genauigkeit ist mir dann doch ein bisschen lieber. Als der etwas geringere Damage. Ja, Oktellerie auf Level 50. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Lampivian genauso. Sun-Tank hat sich auch nichts getan. Max-Ax. Ja, Schafax hat sich entwickelt. Auf Level 48. Und er ist nun ein stolzes Max-Ax. Auf Level 50, wie gesagt. Mit 171 Angriff. Das ist auf jeden Fall... ...nicht gerade schlecht. Und es hat noch Schwertanz gelernt für... ...den Drachentanz. Und ja, bis auf Lord, da hat sich aber auch nichts getan. Gut. Dann gehen wir doch einfach mal in die Arena. Level Cap ist, glaube ich, 52 gewesen. Und daher passt Level 50, denke ich mal, ganz gut. Ja, diese Arena kann ganz schön tough werden. Ja, wie man gegen Drachen kämpft, das weiß ich noch irgendwie. Behaupte ich mal. Es ist nur noch die Frage, mit wem werden wir leaden. Hm, ich würde sogar mal sagen, ich versuche es mal mit Max-Ax zu beginnen. Ich hoffe einfach mal, dass wir schneller sind. Eine andere Idee von mir... ...wäre, dass wir ihm ein Wahlschal geben. Was wird das hier eigentlich? Äh, okay. Was gibt es noch? Achso. Warte mal. Ist das für die Musicals? Oder wofür soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Wird das Item, glaube ich, noch nie gehört. Wir hatten da noch ein Wahlband, meine ich. Ja gut, es stärkt den Angriffswert. Oder wir erhöhen die Indet. Ich meine, mit Max-Ax in der Drachen-Arena werden wir so oder so nur... ...drachenglau einsetzen. Weil ansonsten habe ich zu sehr Angst um Max-Ax. Von daher, eventuell wäre das nicht verkehrt. Aber wir schauen einfach mal. Oder komm, warte mal. Ich gebe ihm das Wahlband. Das macht ja mehr Damage, denke ich mal, als das Muspelband. Und dann schauen wir einfach mal. Ich meine, ich werde sowieso auf Drachenklaue-Oli mit Max-Ax gehen. Und daher passt das schon. Okay, das ist auch auf 150. Das hat die bessere Fähigkeit. Die ich auch gerne gehabt hätte. Ja, stellen wir mal mit dem Wahlband. Tun wir auch ein bisschen Rivalität... ...ähm... ...aussetzen, also... ...ja, ignorieren. Aber wir werden eh gegen jeden Trainer kämpfen. Von daher ist das egal, wer für was spezialisiert ist. Wir kämpfen trotzdem gegen jeden. Fangen wir mal mit dem Typen rechts an. Okay, der geht mehr auf Angriff. Das heißt, seine Verteidigung ist ein bisschen geringer. Es kann aber auch sein dafür, dass sein... ...team vielleicht, wenn sie EVs haben... ...rein auf Sweepen ausgelegt sind. Also Max... ...maximale Init- und Angus-EVs. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob irgendwelche Pokémon überhaupt EVs... ...äh... ...kurs verteilt haben. Kann sein, kann auch nicht sein. Okay, aber es reicht aus... ...mit Max-Ax hier alles zu One-Shotten. Das Problem jetzt ist... ...ääh... ...Rivalität... ...wirkt halt bei... ...Lisander im Gegenteil. Also... ...im negativen Sinne. Wir können Lisander... ...ja... ...Max-Ax wird halt... ...mit einem gesenkten Angriff gegen... ...Lisander kämpfen. ...was nicht so schön ist. Entsprechend... ...werde wahrscheinlich nicht mit Max-Ax dort unbedingt kämpfen. Wenn es nicht sein muss. Oh. Das hat die andere Drachenbäre gehabt, oder was? Aber wir gritten es, von daher... ...Rivalität-Bonus plus Crit... ...plus Wahlband geboostet. Wow. Kutschelt, ist das denn ernst? Das ist die aus Verteidigung ausgelegte... ...ja klar. Brauhaut... ...ja... ...ist okay. ...und Max-Ax-Level ab... ...aufs Level 51. Wunderbar. Ich glaube, die nächsten... ...sind jetzt sogar... ...ein Doppelkampf... ...wenn ich mich nicht irre. Genau, Doppel- und Dreierkampf. Warte mal. Recht erwartet sich der Dreierkampf... ...links ein Reihumkampf. Okay. Ich würde behaupten... ...da fangen wir sogar mit dem... ...Reihumkampf an. Weil ich da... ...weniger Angst vorhabe. So, ich denke mal... ...die drei sind eigentlich auch... ...ganz in Ordnung. Ich werde Max-Ax nochmal kurz heilen. ...um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann geht's los. Aber wieder mit Max-Ax. Jo. Wenn man bei dem Umkampf... ...kann man das neu reinschicken... ...ohne Angst zu haben. Ihre Popen werden allesamt... ...denk ich mal weiblich sein. Ist ja häufig so, dass... ...ähm... ...weibliche Trainer... ...ähm... ...weibliche Pokémon haben... ...und männliche... ...männliche Pokémon. Warum geht der jetzt... ...ähm... ...geht die jetzt auf ihr Milzer? Will sie ja Schadrago noch etwas schützen oder was? Scheint ja so. Jo. Sie will irgendwie ja Schadrago schützen. ...wieso auch immer. Aber Max-Ax wiebt sich hier durch... ...wie sonst nichts anderes. Das ist halt die Macht eines Max-Ax. Hab's ja schon mal gesagt. Ist nicht ganz so cool wie... ...ähm... ...Knack-Krack. Aber... ...ja gut, was soll's. Ich find's sogar Max-Ax nicht so cool... ...wie Trike-Falo. Also ich muss sagen, ich mag Trike-Falo... ...mehr als... ...Ähm... ...Max-Ax. Was trotzdem immer noch ein geiles Pokémon ist. Das auf jeden Fall. So, und noch der Dreierkampf. Wir wollen ja alles mitnehmen. Aber wenn da jetzt Max-Ax auf jeden Fall eine Pause bekommt. ...ja, ich denk mal... ...Octillery kann... ...in der Mitte bleiben. Das wird mit Eisstrahl angreifen. Die werden eh... ...haben eh allesamt irgendwie die gleichen Pokémon. Schadrago, Schafax und Milzer. Gut, ich glaub allzu viele... ...drei... äh... ...Drachen-Pokémon gibt es auch sonst nicht unbedingt. Zumindest von denen, die nicht... ...ääh... ...in... ...Lisandas Team sind. Okay, ich denke mal... ...Shadrago ist das gefährlichste. Okay, die haben auch beide keine... ...Rivalität. So, wir gehen jetzt erstmal... ...mit Zweien... ...auf... ...Shadrago. Und du haust das Schafax weg. So gut es geht, natürlich. Au! Au! Das war ganz schön weh. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus... ...dass du das weghaust. Dankeschön. Und du das Milzer. Danke. Okay. Das ist die Frage, gehe ich nochmal kurz zurück und heile mich oder lasse ich's? Ich glaube, ich gehe nochmal kurz zurück ins Pokémon Center und heile mich, dann sehen wir... ...aber das schneide ich raus. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, und da sind wir auch schon wieder. Team ist wieder vollständig geheilt. Und da, die Drachen schreien sich an. Boom! Coole Effekte. Gut. Ich würde mal sagen, wir werden mit Octillery leaden. Und was hat er geleadet? Hat er mit Altaria geleadet? Das weiß ich nicht mehr. Größte Problem ist halt natürlich, Octillery ist langsam. Entsprechend werden wir nichts aus... ...aus bieten. Da ich aber nicht unbedingt Surf verbrauche, eigentlich brauche ich nur Eichstrahl. ...wäre es vielleicht sogar eine Option, mit dem Walschal zu spielen. Ich weiß nicht, wie viel der Walschal die Enid erhöht. Aber es könnte sich auszahlen. Ich glaube auch... ...in Max Sachs machen wir das jetzt. ...einfach um sicher zu sein, dass es im Notfall den Gegner outspeeden kann. Und nochmal Damage drücken kann. Ja. Das ist jetzt so meine Taktik. Ich hoffe mal, es geht auf. Schön, dass du gekommen bist. Ich bin der Arena-Leiter von TwinDragCity, Lysander. Als Bürgermeister stehe ich die Entwicklung der Stadt an. Als Trainer stehe ich allein nach Stärke. Im Moment stehe ich nach einem jungen Trainer, der für die Zukunft steht. Ob du mir wohl Hoffnung auf eine strahlende Zukunft geben kannst? Na, sicher doch. Da-dam, da-da-da-dam. Ja, er hat vier Pokémon. Ah, er lebt mit Shadrago. Okay. Okay. Jetzt wird sich zeigen. Cocktellerie ist schneller. Okay. Leider reicht es aber nicht aus. Und an der Citro-Beere. Bin ich mir nicht mal sicher, ob es noch einen Angriff... ...aushält. Aber was schickt man im besten Falle in einen Shadrago rein? Eigentlich nicht. Ich muss jetzt hoffen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Also... ... ... ... ... ... ... ... ... Komm, Krüte es. Okay. Diesmal hat es gereicht. Die Beldra. Ich werde Oktillerie jetzt heilen und gucken, was er macht. Wie viel seinen Liebelder uns Schaden machen kann. Drachenrute. Stimmt, das hätte uns rausgeworfen, ne? Gut, hier ist es ja vielfältig effektiv. Das reicht definitiv. Und Altaria. Wenn wir schon das... Ah, warte, schön. Ja gut, das erhöht eine Physikverteidigung. Das ist mir egal. Wir greifen die Speziellen an. Okay. Okay, es läuft ganz gut. Jetzt kommt es an Maxax. Ich weiß nicht, wie... Äh... Alki Maxax im Vergleich zu Shadrago ist. Anscheinend schlechter. Aber es hat einen höheren Angriff. Drachenrute. Vampivian. Okay. Komm, hau die Feuerschlag auf Doom raus. Okay. Nochmal ohne Verlust geschafft. Huiuiui. So ein Octillery-Stanz ganz schön knapp. Das hätte auch ganz schön schief gehen können. Das war fabelhaft. Ich danke dir für diesen Kampf. Es ist viel leichter, mit Freunden ein Hindernis zu überwinden als alleine. Lass mir in Erinnerung gerufen, was der Sinn von Pokémon kämpfen ist. Wie, das war auf jeden Fall mit Turner, würde ich sagen, der spannendste Kampf bisher. Ha, jetzt hast du also deinen siebten Orden aus der Einerregion errungen. Von nun an werden dir alle Popen bis Level 80 gehorchen. Und das hier sollst du auch haben. In dieser TM findest du eine meiner Lieblingsattacken Drachenrute. Aber ich glaube, hätte das Schadrago so anstatt Knirscher Drachenklaue oder so eingesetzt, hätten wir eventuell Octillery verloren. Oh, die Tochter von Ebert Esche hat mir bereits von dir erzählt. Ich möchte dir die Geschichte von Drachenbobbon erzählen, die einst die Einerregion schufen. Warte bitte draußen auf mich. Okeli dokeli. Leider gibt's hier jetzt keinen Teleporter mehr wie im... ersten Teil. Der Einen direkt aus der Arena portet. Hier müssen wir die stylischen Drachenköpfe benutzen. Aber geht ja zum Glück auch ganz flott. Auch wenn diese Arena mal wieder ziemlich gefährlich ist. Wenn du hier einmal einen falschen Schritt machst und hier runter plumpst, du siehst nicht mal mehr den Boden. Ich glaube, du bist tot. Immer mehr nach. Ich zeige dir den Weg zu meinem Haus. Ja, aber das würde ich ganz gerne erst im nächsten Part machen. Wir gehen nochmal kurz Popmon heilen und dann... War's das auch schon mal so langsam mit Popmon Schwarz 2 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne irgendwie Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch mal lassen. Gerne mit einer kleinen Bekündung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mir freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns dann die Geschichte von Lysander anhören. Bis dahin. Ciao, ciao Leute.